Tach, 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 tach. Heute ist Freitag, der 29.04.2016 und die... Und ich weiß nicht, ob das mit dem Ton überhaupt jetzt klappt, weil der Akku von meinem Mikrofon ist gerade ausgestiegen, aber ich habe jetzt keinen Ersatz dabei. Ich muss mir erst Ersatz kaufen. Das polnische Fahrzeug gerade, hat extra normale Gassen gegeben, als ich auf der Straße bin. Ohne Worte. Warum kommst du immer ohne Ball an, nachdem du den in die Dünen geschleppt hast? Hol mal den Ball. Super. 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 Heute ist Freitag, der 29.04.2016 und ich sage das nur, falls es vorher nicht geklappt hat oder der Ton zu schlecht war, weil der Akku von meinem Mikrofon ja leer war. Jetzt war ich inzwischen einkaufen, habe ein Auftragsvideo grob fertig geschnitten, das ich jetzt zum Kunden bringe bzw. den Kunden vorführe. Da muss ich jetzt hin und deswegen muss ich mich auch beeilen und alles weitere machen wir später. Ich habe heute ein heißes Video schneiden müssen, das habe ich nur mit ganz viel Junk zu verhandeln, deswegen bin ich nur ein Wasser. Mit Spur oder Schiff? Mit Spur. Okay. Und dann erzählt er und erzählt, sie erzählt dann ja und ein heißer Bild dann mit frischem Wind. Dankeschön. Danke schön. Ich fahre immer wie eine besenkte Saufahrrad. Deswegen der Helm. Nur deswegen. Lange kein Fahrrad gefahren, Gucki. Immer noch außer Atem. Zurück vom Treffen mit dem Kunden. Wie gesagt, heute Vormittag vor meinem Mikroakku leer. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob er es aufgenommen hat. Also, naja, werdet ihr ja gesehen haben, werdet nicht oder gehört haben viel mehr. Jetzt gehe ich mit Kucki raus, dann kriege ich Kucki was zu fressen und her zum Sonnenuntergang gehe ich nochmal zur Seebrücke. Und ich bin außer Atem, weil ich mit dem Fahrrad gefahren bin, wie ihr gesehen habt. Und ich bin lange nicht mit dem Fahrrad gefahren. Und außerdem, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, deswegen auch der Helm dann immer, fahre ich schnell. Und zwar alles, was geht. Ja, und deswegen. So. Naja. Ich konnte auch lange nicht mit dem Fahrrad fahren, obwohl ich wollte, weil auf diesen Reifen von Rennrädern, oder von meinen Reifen, müssen sieben Bar Luftdruck auf. Sieben Bar. Jeder, der einen Autoführerschein hat und auf seinen Autoreifen zwei Bar hat, kann sich ungefähr vorstellen, was das bedeutet. Und ich habe nicht so eine Pumpe, die mir das anzeigt, aber meine Nachbarn haben die, wie ich heute gesehen habe. Und deswegen habe ich die mal ausgeborgt. Naja, jedenfalls jetzt erst mit dem Hund raus. Oh ja. Cool. Oh. 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 Da ich heute sehr, sehr wenig und sehr komisches Zeug nur aufnehmen konnte und aufgenommen habe, weil ich heute echt Gasse gegeben habe mit dem Videoschneiden. Okay, jetzt sind wir zur Seebrücke mit euch und gebe euch wenigstens noch ein richtig schönes Video in Form von einem Zeitraffer von dem Sonnenuntergang. Und so wie es aussieht, so wie der Himmel aussieht, könnte es auch wirklich schön werden jetzt, ein paar Wolken zu sehen, ist schön blau. 20.30 Uhr ist, glaube ich, Sonnenuntergang. Und ja, dann mal gucken, was da rauskommt. Ich habe heute keinen Vlog geschnitten, doch heute Morgen ein bisschen, aber nicht fertig oder so. Danach habe ich erstmal die Auftragsvideos gemacht. Das war auch viel wichtiger. Also klar sind die Wichtige, aber es war mir auch wichtig, die irgendwie mal vom Tisch zu bekommen. Und habe ich es geschafft. Naja. Morgen und übermorgen habe ich 12 Uhr Dienst. Und dann hoffentlich Montag, Dienstag, Mittwoch frei. Und wenn das so ist, werde ich wohl einen Tag zur Republika kommen. Boah, guck doch mal, wie cool das schon aussieht. So, ich bin mir nicht sicher, ob das Zeitraffer-Video was geworden ist. Weil ich glaube, ich habe die Schärfe falsch eingestellt und zwischendurch nicht bemerkt, als er die Kamera automatisch abgeschaltet hat nach 20 Minuten oder so. Das liegt daran, weil ich abgelenkt war. Aber müsste jetzt mit Leben. Stört mich jetzt weniger, weil die Ablenkung war gut. Ja, das war's für heute. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss. Wir gehen heute mal wandern und genießen die Schönheit der Natur. Zwei Leute haben mich bemerkt. Zwei Leute von 20. Tag, heute ist Freitag, der 29.04.2016 und mein letzter Urlaubstag. Freitag. Tag, heute ist Freitag, der 29.04.2016 und der letzte Tag frei. Diese Woche. Aber nach fünf Tagen ist er es. Schuss. Oh, ich bin mit. Vielen Dank.